So Leute, heute in diesem Video soll es mal um die willkommenen Gotham City Aufgaben gehen und zwar werde ich euch heute zwei zeigen. Lasst ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr neu seid und euch das Ganze hier weitergeholfen hat. Die erste Aufgabe wäre hier für die Gegnern Schaden mit einem exklusiven Batarang zu. Ihr müsst insgesamt 250 Schaden anrichten und ja, dieser Batarang ist einfach dieser Wurfstern, dieser Batman Wurfstern. Ich blende euch jetzt den mal hier ein. Leider kann ich euch das Ganze nicht ingame zeigen, da ich das Ganze für euch vorproduziere. Das heißt, bei mir ist noch das alte Tiltetown am Start und nicht das neue Gotham City. Also ihr müsst einfach nach Gotham City reingehen und dort wahrscheinlich dann das Item suchen. Ich denke mal, das wird dort sein, nicht woanders, denn das wäre ziemlich unlogisch. Denn bei Tiltetown ist es ja so, dass auch nur dort die Jagdgewehre da zu finden sind und diese Kampfschruttflinte, oder heißt sie Kampfschruttflinte? Also diese fette Pump, die man eigentlich nicht braucht mit diesen zwei Schüssen da. Auf jeden Fall geht einfach dorthin und sucht euch diesen, ja, Bumberhang. Das ist auf jeden Fall dieser Batarang. Und die zweite Aufgabe wäre hier, nutze die Batman Enterhaken Pistole in verschiedenen Matches. Das Ganze müsst ihr dreimal machen, dafür kriegt ihr 10 Battle Pass Stufen. Und was das Ganze ist, ist natürlich ganz einfach. Das ist der neue Grappler. Einfach auch dort wieder nach Gotham City reingehen und den Grappler suchen. Das Ganze dann dreimal machen. Und dann habt ihr auch eigentlich die Aufgaben ganz easy gelöst. Ich lende euch jetzt mal hier den Enterhaken ein, damit ihr auch ganz genau wisst, nach was ihr suchen müsst. Ich hoffe, euch hat das Video hier geholfen. Wenn ja, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 .